Für Lars Stindl ist das Trainingslager in Hasewinkel vorzeitig beendet. Borussias Käpt'n wird vorläufig pausieren müssen, er hat sich einer Außenbandzerrung im Knie zugezogen. Bereits am Dienstagnachmittag stand Stindl nicht auf dem Trainingsplatz, weil eine MRT-Untersuchung durchgeführt wurde. Der 32-Jährige hatte bereits an den Vortagen mit einer Kniebandage trainiert. Im Testspiel am Samstag gegen den FC Metz wird Stindl nicht mitwirken können. Bei Borussia hofft man, dass der Käpt'n in der nächsten Woche wieder ins reguläre Training einsteigen kann.